Strand von La Secha. Ich werde einfach um tiefsatz diese Strände zu filmen und zu fotografieren. Auf dem Weg nach La Isla. Auf dem Weg nach La Isla. Auf dem Weg nach La Isla. Wir sind jetzt ca. noch 4 bis 5 km. Also ca. eine Stunde von unserem Ziel La Isla entfernt, wo wir heute dann übernachten werden. Und wo wir uns dann heute oder morgen wieder melden werden. Und wo wir uns dann übernachten. Und wo wir uns dann übernachten.